Ja, liebe Zuschauer, wir stehen heute hier mit dem Leiter des Tiefbauamtes Uwe Neumann in der Köthitzgasse. Das Sorgenkind der Stadt, Uwe. Es gibt viele Probleme hier. Der Bau, Straßenbau zieht sich hin. Er wird nicht fertig, wie das Ende des Jahres geplant war. Woran seht ihr jetzt die grundlegenden Sachen? Warum geht es hier nicht weiter? Warum sind die Anwohner so verärgert? Könnt ihr das mit verstehen? Ja, ich begrüße Sie erstmal recht herzlich. Ich kann das Problem der Anlieger voll verstehen. Und hier treffen also in der Straße leider mehrere Aspekte zusammen. Es ist diese Köthitzgasse sehr kompliziert zu bauen. Sie sehen, die Straße ist sehr schmal. Es liegen hier eine große Anzahl von Versorgungsleitungen drin, die auch nicht stillgelegt werden können beim Neubau, die erhalten werden müssen. Deswegen ist der unterirdische Bauraum etwas gering und man kann eben nur nacheinander arbeiten. Das war aber bekannt. Das ist jetzt auch keine Ausrede dafür. Und der Straßenbau hat vorgesehen, dass bis zum Jahresende diese Straße wieder befahrbar hergerichtet werden sollte. Dann kamen bestimmte Mehrleistungen der Versorgungsträger dazu, wie in der Niederen Königsgasse, wenn Sie gesehen haben, diese auch aufgegraben. Stöckchen Schwarmgasse. Und das allergrößte Problem, was wir jetzt zurzeit zeitlich haben, wo man auch noch keine Prognose erstellen kann, was das alles noch nach sich ziehen wird, ist die Materiallieferung der Natursteinborde und der Pflastersteine aus China. Wir haben hier sehr wenig Informationen der Firma. Wir haben gleich nach Auftragsverteilung im Oktober gedrängt, dass die Materialien bestellt werden. Sie sind leider erst Mitte Februar bestellt worden. Und im Moment sind die Aussagen, dass die Transporte sich erst mal sehr verschoben haben, zeitlich verschoben haben. Im Moment sind drei Container unterwegs, wo vor allen Dingen Borde drin sind. Die sollen voraussichtlich Mitte, Ende Oktober hier auf die Baustelle kommen. Und die anderen 15 Container nach Anzahl des Lieferantens stehen in China am Hafen. Und da konnte uns keiner bisher einen Termin benennen, wann die aufgeladen werden. Die Frage, was sich jeder stellt, warum kommen die Transporte aus China? Gibt es in Europa, in Deutschland niemand, der sowas herstellt, wo man eigentlich damit arbeiten kann? Also es gibt in Deutschland, nicht weit zum Beispiel im Fischligebirge oder noch viel näher bei Steinbruch-Fischersdorf, bei Heberndorf gibt es Granitvorkommen, die auch früher verarbeitet worden sind, zum Beispiel auf dem Marktplatz, die Innenfläche. Aber diese werden seit vielen Jahrzehnten nicht mehr abgebaut, weil sie eben nicht mehr zu den Preisen, die heutzutage üblich sind, auch verarbeitet und hergestellt werden können. So wird der Granit in Heberndorf nur noch als Schotter verkauft und nicht mehr als Pflaster verarbeitet. Und es gibt in Deutschland oder auch in Europa, muss man sagen, nur eine ganz begrenzte Anzahl von Herstellern, die überhaupt jetzt ein Granitsteinbord noch herstellen. Das ist vor allem das Land Portugal, die stellen also solche Sachen her. Und die Qualität dieser Pflastersteine, die hier ausgeschrieben ist und gefordert ist, die kriegt man in Europa in dieser Menge nicht mehr geliefert. Nun hat sich nicht nur der Bau verzögert, sondern auch die Preise sind nach oben gegangen. Wie war das ursprünglich geplant? Mit welchen Investitionen habt ihr gerechnet und wie setzt der Stand? Also im Moment haben wir jetzt als Kostenerhöhung nur zu verzeichnen, dass die Baufirma angekündigt hat, sie möchte gern, dass die Stadt Saalfeld die Mehrkosten, die jetzt im Moment für die Schiffscontainer sind, übernehmen. Das ist also eine relativ hohe Summe. Da sind wir zurzeit in Verhandlungen. Ich kann da jetzt noch nichts abschließend dazu sagen, wie die Kosten laufen, wie die hoch sein werden. Eine Kostenüberschreitung jetzt im Moment vom Bau her ist ja jetzt nicht in großem Maßstab zu verzeichnen. Wenn es jetzt soweit fertig ist, die Versorgungsträger sind eingelegt in der Straße, es fehlt noch das Pflaster und die Borde, können die Anwohner dann trotzdem mit ihren Autos zu ihren Grundstücken fahren? Wir haben heute auch aktuell nochmal die Baufirma aufgefordert, uns bis Ende nächster Woche einen Ablaufplan, einen geänderten Ablaufplan zu erstellen und auch ein Konzept vorzulegen, wie es denn hier weitergehen soll, einmal bis zum Jahresende und auch über die Winterzeit, wie man dann hier zurechtkommen soll, dass die Anwohner dann möglichst auch diese Bereiche wieder erreichen können. Das ist dann eine Frage, welche Provisorien erforderlich sind, wie auch die Baufirma sich dazu stellen wird, ob sie bereit ist, Kosten zu tragen oder ob sie erwartet, dass alles die Stadt Saalfeld übernimmt. Da sind wir leider noch zur Zeit noch keinen großen Schritt weitergekommen, sind aber in Verhandlungen. Wie wird es mit der Müllentsorgung sein? Denn die Anwohner müssen ja jetzt, wie wir gerade gesehen haben, ihre Aschenkübel hier vorne holen, ältere Leute. Wie ist das geregelt? Also im Moment ist es so geregelt, dass die Anwohner die Container herausstellen sollen an den Tag und in Absprache davon wird die Firma die an einen Sammelpunkt transportieren. Wann denkt ihr jetzt persönlich, wann könnte es hier fertig werden, um einen Plan mal zu haben? Also ich vermag jetzt beim besten Willen kein Urteil abgeben, weil wir haben noch keine Information, wann diese Granitborde oder wann die Granitsteine verladen werden. Der Transport von China hierher muss man ungefähr zwei Monate rechnen. Sobald wir einen Termin haben, wann die wenigsten auf dem Schiff aufgeladen sind, kann man dann auch nochmal eine weitere Prognose erstellen. Aber soweit kann man natürlich jetzt schon sagen dann, also das Ziel zum Jahresende oder kurz danach wird hier nicht mehr zu halten sein. Schönen guten Tag, Sie sind hier Eigentümer mit in der Kötisgasse. Sie haben hier Mieter drin. Wie sehen Sie denn die ganze Situation momentan? Der Bauablauf ist sehr schwierig, gerade für die Mieter und ist sehr mit Einschränkungen verbunden. Und wir haben ja gedacht, dass es am 18. Dezember, wie es mehrfach in der UDZ-Stand erledigt ist. Aber das sieht dann nicht so aus. Gerade gestern war ja wieder so ein Bericht drin in der Zeitung, dass es noch länger dauert. Und wir hoffen, dass es doch bald Fortschritte annimmt und dann doch vielleicht doch eher fertig wird, als dort geschrieben. Es sieht ja momentan so aus, als ob erst im August das fertig werden würde. Kommt auf die Lieferung drauf an. Halten, dass die Mieter aus mit den ganzen Versorgungen, mit den Ranlaufen, ohne Autos ältere Leute gerade alles rantragen. Einfach furchtbar. Das ist ein langer Zeitraum, dass die Mieter da überstehen müssen. Ich hoffe, dass sie bei Laune bleiben und nicht irgendwie am Ende noch irgendwie ausziehen. Das wäre ganz schlimm. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir verlangen im Moment von der Bauförmung, wie ich es vorhin sagte, auch eine verbindliche Erklärung, wann endlich dann diese Steine verladen werden. Wir verlangen auch, dass wir uns einen Ablaufplan erstellen, dass man auch sieht, wie im neuen Jahr, wie dann weiter gearbeitet werden kann, wie weit sich die Arbeiten dann noch ins Frühjahr hineinziehen werden. Aber ich gehe mal davon aus, dann nach den Transportzeiten, die anstehen, diese zwei Monate, wir haben eine Aussage jetzt bekommen von der Firma, dass also bis zur übernächsten Woche keine Transporte möglich sind dann. Und dann ist es in Frage. Das heißt, selbst wenn die Natursteine im Oktober verladen werden, werden sie frühestens dann im Dezember hier sein. Danke fürs Gespräch. Wir hoffen, dass wir bald weitere gute Aussagen bekommen, damit es hier vorwärts geht. Wir hoffen, dass auch. Und ich bedauere nochmal sehr diese Mitteilung. Und wir werden also wirklich unser Möglichstes versuchen, auch mit Unterstützung des Stadtrates und des Bürgermeisters hier für die Anwohner eine verträgliche Situation zu schaffen. Danke fürs Gespräch, Herr Neumann. Bitte. Danke fürs Gespräch.